ok tschüss die ganze zeit du fährst ne heilige makrele alter ja das kann man das kann man einstellen mo weed every day aber wenn wir ein toll gemacht haben muss ich auch mal was geiles posten das hollywood zeichen was sie zu holly weed geändert haben holly weed heilige makrele alter ja das kann man einstellen dass man das automatisch auf schnell schicken kann ich hab mich rausgehauen für die gegner weil sie so schlecht sind ein bisschen erst wieder hoffnung machen und dann alle träume wieder zerstören ja so macht man das halt als guter bad boy macht man das halt so und rein geben unternehmen alter klose kann einpacken gegen dich holly weed holly weed holly weed fährst du ja nee was wer fährt denn hol du den oh shit oh shit geht er rein nein ich sag doch ich nehme in ihre träume oh ja alter hat sich da nicht berührt wenn er reingegangen und über die drüber was ich dauer nein als ob er den noch gehalten hat wo komm 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 ja nein nein scheiße no way alter there is only one way my way okay ich bin in die mitte ich bin in die mitte okay nicht bist du hinten ja ich habe es wunderbärchen bester lieber wunderbärchen gummibärchen oh shit keine chance oh alter was für eine parade alter du bist einfach jawohl alter das war alter das war weltklasse jetzt mal ohne scheiß das war wirklich weltklasse wie du den rausgeholt hast noch und dennoch verwandelt das war alter also hut ab wirklich hast gar keinen auf doch hab ich okay ein zylinder das war also das war jetzt gerade wirklich legendär ja weißt du die haben auch einfach so schlechtes karma die gegner deswegen gewinnen sie nicht den hau ich jetzt ein mach ihn mach ihn die sind alle beschäftigt mit mir jawohl alter gebit schläft ich komme ganz hinten aus der letzten reihe alter und zieh den noch ab ich hab die beschäftigt und du hast ihn in die ecke geknallt alter ich komme immer noch nicht auf deine parade klar ne das war wirklich legendär einfach das war einfach nur buches glück ja aber das war nein das hättest nicht sagen dürfen wir jetzt sagen sollen dass das skill war ne dann sagst du wieder oh nee ist mir glück ich hab glück das war das war jetzt wirklich wahnsinn also das war ja mein respekt als replay speichere ich mir auf jeden fall ja es würde eh auf youtube verheirfen ich das finde ja aber jetzt replay oh shit sie hat aufgegeben und tschiiiis ja man muss manchmal Risiken eingehen wir spielen jetzt zusammen mit i me easy i me easy dann wird's easy ok mach mal zeig mal wie easy das ist ich bin jetzt hier mittelstürmer ne ok du bist ganz alleine vorne alle hoffen gelastet auf dir ok ich bin mittelstürmer ok ich bin mittelstürmer was ist die vorderste position mein fußball ist das mittelstürmer oder gibt es noch was vorderes ne also es gibt eigentlich nur drei sachen es gibt abwehr mittelfeld und sturm ja das weiß ich aber aber dann gibt es nochmal unterschiedliche kategorien weil es halt unterschiedliche aufgaben für jeden spieler gibt also es gibt zum beispiel es gibt also linkes mittelfeld rechtes mittelfeld es gibt innenverteidigung das sind so die drei links und rechtes rechte verteidigung also rechte abwehr linke abwehr und innenverteidigung es gibt diese drei dann beim dann gibt es noch rechtes mittelfeld linkes mittelfeld zentral offensives mittelfeld zentral defensives mittelfeld dann gibt es noch also mittelsturm und rechter sturm und linker sturm also außen die außen stürmer ok ich habe gerade ein achievement bekommen Raketenwerfer ok ich bin ja überhaupt nicht rumble ja deswegen bei denen sein schuss wird für eine vorlage für uns alter aber leider hat es nicht gereicht ich habe ganz vergessen was für ein chaos das hier mit 3 gegen 3 ist aaaaaaah das war knapp los jungen roll dich da mal nicht durch die gegend NEIN Christ du musst waffen aaaaaaah ich war da ich habe sogar einen feilrückzug gemacht aber er kam leider scheiß Opferro Opferroni guck's dir an ach kacke ich habe hier gestern Abend einen Döner und einen Börek bestellt beim Dönermann und den Börek werde ich gleich essen ich weiß gar nicht was das ist ich weiß nur dass das irgendwie so Blätterteig mit gehacktes in danke ist aber ich weiß nicht wie das schmeckt boah jo wie ich weggeflogen bin voranlage super alter wie sie da alle auf einem knäuel sind ich schieße aus der zweiten Reihe pfff ich dachte aus der das war so ein so wichtiges Dominospiel ich stoße den einen an der stoße seinen anderen Kollegen an ich dachte du stößt aus der zweiten Liga NEEEIN es hätte ein Tor werden sollen dann wäre es viel cooler gekommen Alter wie die sich gegenseitig bumsen das gibt es doch gar nicht ist das hier ein Gangbang oder was aber das ist jetzt auf YouTube gesperrt haut ihn rein steck ihn rein steck ihn durch ja ich finde wir sollten echt mal Let's Plays auf YouPorn hochladen alter läuft bei dir nicht warum nicht? es gibt bestimmt noch keine Let's Plays auf YouPorn alter es gibt doch auch es guckt sich doch keine Soundout an es gibt auch es gibt auch diese Twitch-Streamerinnen die sich im Stream ausziehen warum streamen die nicht auf YouPorn? ich finde da ist es illegal aber ich weiß nicht ob man auf YouPorn überhaupt streamen kann nein bestimmt nicht oder ob das ist einfach nur eine Video-Plattform ja ich weiß dann kannst du ja trotzdem aufnehmen ich wette das würden sich viele 14-jährige Jungen angucken ja natürlich alter das würden sich nur Minderjährige angucken man oder vielleicht ein paar Lustmolchen die so über 60 sind auch aber ich finde das krass bei so Seiten steht ja immer am Anfang bist du 18 darfst du dir diese Videos angucken? natürlich da wird jeder anklicken dass er 18 ist ja die wollen sich damit nur rechtlich absichern ja ich weiß so die beste Absicherung aller Zeiten ja also es kann ihm dann niemand was anhaben ja er hat auf erst 18 geklickt also er hat damit zugesichert dass er 18 ist wenn er nicht 18 ist ist es seine Schuld ja wenn du diese unchristlichen Inhalte siehst unchristliche Inhalte alter so Vorlage ich will jetzt mal ein bisschen defensiver bleiben das war gerade ganz schlecht mit meiner Vorlage hättest du genau das machen können ja einfach abgestellten das Schildkröten Tor habe ich bekommen alter achso weil ich auf dem Bauch lag als ich das Tor gemacht habe oder was ne weil du den mit dem Rücken weggetaggelt hast ja irgendwie so Schildkröten Tor vielleicht gibt es neue Achievements ja wo oh oh lol hast du es gesehen? diese Reaktion oh hä lol wie der eine in der Luft hing noch und mit dem anderen hier so Pinball gespielt hat ja Pinball die haben korreliert so hier steht 2-2 liebe Freunde wer wird dieses Duell für sich entscheiden können? wir was für eine dumme Frage alter ok tschüss ok tschüss boah ich freue mich schon auf heute Abend voranlage ah da war einer von es ist niemand da von den Kunden im Weg alter von den Kunden? verkaufst du an die auch oder? ja ich verkaufe an die und nicht kaufe verkaufst du denen Tore? nein ich verkaufe denen Tore hab schon 2 verkauft hab zum Preis immer 1 bekommen also stehts 2-2 ok ich warte noch eine Minute ja schaffen wir ok easy ja super Pass und Tor nein und Tor und Tor und Tor und Tor und Tor boah Tobi wenn du das siehst ich hasse dich immer noch dafür alter oh Gott damit hab ich dich mal richtig gut zur Weisdut gebracht in deiner hofflammer ja oh shitiii ja ja yeah 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 das war super gut boah wie ich in der Luft hing und ich hab so gesehen oh Gott komm schon nice das war richtig gut richtig gute Hilfe danke wer hat den Ball? ich ok wenigstens einer wenn wir jetzt noch eins kriegen dann Google willst du deinen Youtube Kanal? nein überträgst mir alle deine Abonnenten oh nein nein ich bin so unfähig ok ja mach ich holy macaroni der wär fast reingegangen so jetzt muss ich dir nicht alle neue Abonnenten geben tschüss sag boom ok tschüss icide die